Hallo und herzlich willkommen hier in Wohlen im schönen Aargau. Es ist mitten im Dezember und wir stehen hier vor dem Lager von Digitec Galaxus. Wir gewähren euch heute einen exklusiven Einblick. Wir zeigen euch, wie unsere Leute hier in der Logistik tagtäglich arbeiten. Bevor wir hineingehen, zuerst einmal Hände desinfizieren. Als nächstes gehen wir hier an die Fiebermessstation und schauen, ob wir eine Normaltemperatur haben. 36,3. Perfekt. Das ist nämlich eine Normaltemperatur, die zwischen 36 und 38. Wir können also reingehen. Wir sind jetzt im wahren Eingang und wir haben uns den Adi geschnappt und fragen immer, wie es bei ihm so läuft. Wie bist du zu Digitec Galaxus gekommen? Das ist leider Corona-bedingt. Dann habe ich hier zuerst einmal angerufen, weil ich schon über 50 bin. Und die sagten, das sei kein Problem, ich soll mich bewerben. Und dann habe ich meine Unterlagen geschickt. Am Freitag, am Montag, konnte ich vorbei kommen und dann eine Woche später anfangen. Was ist dein grösster Wunsch für das Jahr 2021? Ja, dass ich jetzt egoistisch denke, dass ich quasi meinen Stein wieder ins Rollen dringe. Dass einfach die Normalität so zurückkommt, dass man es wie gewohnt miterleben kann. Liebe Leute und Leute, die Fernweh haben, an was erinnert euch diesen Gang? Einsteigen in A380. Wir nehmen euch mit nach Miami. Oder viel eher in unseren nächsten Teil des Lagers in den Shuttle. Wir sind gerade bei der nächsten Arbeitsstation und fragen nochmals jemand aus dem Shuttle. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte. Bezähl mal, was bist du gerade am machen? Genau, wir sind hier im Shuttle hinten, wo eigentlich fast alles halbautomatisch läuft. Wir sind eigentlich nur noch dazu zuständig in die verschiedenen Behälter zu tun. Und das sind dann meistens gerade die Aufträge für den Kunden. Ein Behälter ist für einen Kunden und sobald der Auftrag abgelöst ist, dann geht es automatisch ins Packing führen. Das ist so das verrückteste Produkt, das du hier gesehen hast und denkst, okay, was habe ich jetzt hier in den Händen? Also ich muss schon sagen, die Sextoys, das war mir nicht so bekannt, dass das auch bei der Digitec Galaxus verkauft wird. Es gibt nichts, was wir nicht verkaufen. Also Sexspielzeug ist schon nicht so das, was ich mir gedacht habe bei der Digitec Galaxus. Stichro Pandemie, gibt es etwas, was du ganz besonders vermisst hast in dieser Zeit? Ich komme eigentlich gut klar damit. Es ist halt effektiv das Soziale, was mir fehlt, weil ich einfach der Meinung bin, ich halte mich an das, was der BAG uns vorgibt. Oder zu meinen Grosseltern, die Risikopatienten sind. Das ist halt das, was ich vermisse. Ali, erzähl mal, wie lange bist du bei uns? Ich bin jetzt genau im November ein Jahr. Und wie bist du zu uns gekommen? Also bei mir war es ehrlich so ein Zufall, wo meine Frau mir gesagt hat, du Ali, Digitec suche Leute, aber du musst dich online bewerben. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich habe noch nie über online bewerben und so. Sie hat einfach das Handy genommen und meine Bewerbung genommen, Förderung gemacht, eingeschickt. Und nach drei Minuten später bin ich am Probetag beim Digitec hierher gekommen. Und ich bin glücklich, dass ich hier bin, beim Digitec Galaxus. Für dich privat, was wünschst du dir dort für das neue Jahr? Privat auch meine Familie, ich auch eine Frau und zwei Töchter. Ich wünsche auch Gesundheit und so. Gesundheit ist ehrlich im Moment der wichtigste. Hast du vielleicht noch einen Tipp, jemanden, den wir interviewen können? Ja, zum Beispiel unsere liebe Maria, die Maria, die immer gesagt hat, wo wir einmal eine Weibung gemacht haben, wo sie gesagt hat, nicht schnoren, arbeiten. Zusammenpacken, zusammenarbeiten. Schaffen, nicht schnoren. Jaben die Produkte, du das Leben. Ali hat es uns gesagt, hat uns einen Tipp gegeben, wir sollen uns auf die Suche machen nach der Maria. Und genau das machen wir jetzt. Und die Maria musste irgendwo hierher sein, aber ich sehe Maria nicht. Maria weiss nicht, ob wir den Teamleiter können. Maria? Maria, die ist im F hinten. Im F hinten. So, wir gehen weiter. Genau, bei Jason kann man sich auch eine Frage stellen. Was wünschst du dir persönlich für das neue Jahr? Na ja, dass Corona endlich vorbei ist. Das ist immer wichtig. Was machst du in der nächsten Ferien, wenn Corona vorbei ist? Vielleicht nach Thailand fliegen und ein bisschen saufen. Chef, Jens? Das war dein absolut verrückterster Tag seit dem Jahr. Also ich habe ja pünktlich zur Corona-Krise angefangen. Da wusste keiner, was passiert. Und auf einmal musste man halt aus dem Nichts heraus 100 Leute einstellen. Und das war der Wahnsinn. Ich habe zuvor bei Globus gearbeitet und da ging es eben nicht so gut. Ich musste dann in dem Zuge wechseln und bin halt dann beim Big Player sozusagen gelandet. Und das ist schon eine andere Dimension hier auf jeden Fall. Was hier täglich an Paketen rausgehauen wird, ist der Wahnsinn. 30.000, 40.000 Pakete täglich, das macht hier kein anderer in der Schweiz. Danke, Jens. Danke vielmals. Darf man hier durchlaufen? Ja. Ganz junge. Ja. Ja, sie sind etwas süß. Aber sie hat mir vor die Kamera. Ja. Darf man sich fragen, was bist du gerade am machen? Was ich gerade am machen bin? Ich bin am Bandolieren. Wie lange bist du jetzt schon bei uns? Seit dem September. Was war bisher dein Highlight? Ja, es gibt ganz viele Highlights hier drin eigentlich. Du siehst wirklich ganz viele neue Produkte, wo du dir dann selber auch denkst, das könnte ich noch brauchen, das könnte ich noch brauchen. Und ich finde es einfach ganz spannend, dass du eigentlich nicht jeden Tag am gleichen Ort schaffst. Hast du schon ein Lieblingsprodukt von Digitech-Galaxus? Ja, das Smile-Pen. Smile-Pen? Ja. Smile-Pen. Was ist das? Zum Zähnblitzen. Okay. Das ist super. Das ist super. Dann danke vielmals für deine Zeit und gute Zeit. Danke euch. Danke. Maria, 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 Maria. Wo ist die Maria? Juan, was ist die Juan? Ja, das ist der Juan, unser lustiger Juan. Was ist mit dem Juan dann? Ja, er ist immer nervös. Immer ein bisschen nervös und so. Wie ich sage immer, Juan, bleib ruhig und so. Ja. Jetzt haben wir auch einen lustigen hier, der Maschinenführer ist. Der, der denkt, wo Kevin allein zu Hause ist. Der mit den pustigen Haaren hier. Ah, also das ist der Räuber, oder? Ja, genau. Genau, der Räuber. Und den Räuber haben wir hier hinten. Ja, genau. Ganz genau. Wie lange bist du jetzt schon bei uns? Seit April. Bei euch angefangen, oder? Mein Job ist einfach, dass die Maschine produktiv bleibt. Und das funktioniert gut soweit? Ja, es gibt Tage und Tage, oder? Ich sage immer wieder, dass diese Maschine ist wie meine Frau, oder? Es gibt Tage, wo sie sagt einfach Nein und es ist Nein. Und man muss mit diesen Nein kämpfen. Aber ja, es gibt Tage, wo die Maschine läuft einfach super. Aber ja, es ist sehr unterschiedlich. Für mich ist nicht ein grosses Thema, das zu lernen, oder? Es braucht Zeit, oder? Und ein bisschen Geduld, aber ich finde die Arbeit super. Und mit den Mitarbeitern, die wir haben, jeder kann das lernen. Das bin ich überzeugt. Ich bin unbedingt Maria und Maria. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben Maria gefunden. Ja. Erzähl mal, wie lange bist du jetzt schon bei uns bei DigiDecalaxus? Ich bin in DigiDecalaxus seit neun Jahren. Was machst du, wenn du Feierabend hast? Nach dem Feierabend gehe ich weiter. Dann gehe ich meine Tochter holen. In der Tagesstruktur. Und dann geht man los zu Hause. Dann macht man zu Hause weiter. Als Mami und Tochter, ja. Und jetzt sind wir gleich am Jahresende. Was wünschst du dir für das Jahr 2021? Dass es alles wieder gut wird. Wieder alte Zeiten. Dass wir wieder Partys machen können mit DigiDecalaxus. Weil ich liebe Partys. Ohne mich gibt es keine Party. Super, Maria. Maria Claus, danke vielmals für deine Zeit. Danke dir. Ganz schöne Festtage. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Maria, Maria, Maria. Da-da-da-da-da-da-da-da. Na-na-na-na. Ja, ist gut. Das wäre es gewesen. Da aus Wohlen. Da aus der Logistik von DigiDecalaxus. Wir hatten einen extrem schönen und extrem ereignisreichen Tag. Besonders begeistern hat mich die Freude und die Begeisterung der Leute. Auch, dass wir da gewesen sind. Und die Kollegialität untereinander. Trotz auch den erschwerten Bedingungen. Jetzt in Corona-Zeit und jetzt im Weihnachtsstress. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und zum Schluss wollen wir nur noch eines wissen. Wohin gehen wir als nächstes? Welche Abteilung von DigiDecalaxus interessiert euch? Ist es zum Beispiel der Kundendienst? Oder vielleicht sogar das Marketing? Ihr entscheidet. Schöne Weihnachten, schöne Festtage. Bis zum nächsten Mal. 3 Oricher Us Tages 3 3 Vielen Dank.